Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Backdrop-Video! Was geht, Leute? Was geht? Wir stehen gerade hier vor ITs Haus, Alter. Aber wir gehen heute zum Alpha rein. Let's go! So, Leute, ich bin mal gespannt, was heute so abgeht, Alter. Und... Hä? Warum ist da ein kleiner Villager? Was geht, kleiner Villager? Hallo! Und da vorne steht auch noch einer. Aber wirklich, du musst endlich so was von probieren, Alter. Hä, Alter, was redet denn da? Junge, Alpha, was redest du da? Ich kann die Ente so gut empfehlen, Mann. Alter, hallo! Am besten mit Süß-Sauer, schmeckt er richtig gut. Leute, was redet denn da, Alter? Der redet gerade mit dem Villager mal Süß-Sauer-Ente-Rezepte, Alter. Das soll gar nicht sein. Es ist auf jeden Fall, okay, kann ich jetzt tun. Junge, Alpha, hey! Über was hast du gerade mit dem Geredet? Hä? Was geht, Ente? Was geht? Über was hast du gerade mit dem Villager geredet, Alter? Äh, Lucky Blöcke und so, wie ist das? Junge, du wolltest mit dem Ente Süß-Sauer machen? Ich hab das genau gehört von dir. Ja, die Villager-Sauer-Ente-Rezepte, nein. Was, was, was? Doch, Mann, Alter, ich hab das gehört, du hast mit dem darüber geredet, Alter. Nein, du hast jetzt was eingebildet. Hä, gar nicht, aber wieso sind so viele Villager mit dir im Haus? Äh, ich hab eine neue Methode gefunden, um die Farben zu ändern. Guck mal, wie die alle aussehen. No, Leute, die sind halt nicht... Hä, das sind Standardfarben, das ist doch nichts Besonderes von Minecraft, Alter. Ja, aber ich kann die noch krass anders verändern. Hä, wirklich, Alter, wie? Sack! Kommen, komm ins! Oha, Junge, hast du mir bitte wie? Ich hab so eine neue Maschine gesehen. Echt, jetzt ist es eine Maschine, Alter, du musst mir die unbedingt zahlen, Junge. Ja, aber du musst bezahlen, okay? Hä, was, ich kann nichts bezahlen, ich hab kein Geld, du musst mir die mal ab. Ja, Ente, dann können wir es leider nicht machen, jetzt, okay? Was, Alfa, bitte komm, bitte gönn doch, Alter, bitte. Nein, gib mir Geld, gib mir Geld. Leute, ich hab einfach kein Geld dabei, bitte, Alfa, mach es umsonst, Mann. Nein, nicht für dich. Denk dich, Alter, ich lauf dir einfach nach, du zeigst mir, wo die Maschine ist, Alter. Nein, du darfst mir nicht folgen. Nein, doch, Alter, ich folge dir, Junge, denk dich, Alter, ich lauf dir nach, was geht? Junge, du musst bezahlen, Ente, du, Leute. Oha, was ist da vorne? Das ist die neue Maschine, Ente. Was, Alter, Junge, wie krass, Alter. Guck mal, ich hab einfach eine Regenburg, Leute, ja, richtig cool. Junge, und zwar, Leute, haben wir heute ein kleines Experiment für euch hier. Leute, und zwar färben wir heute die ganzen Villager, und zwar sind die hier. Dürfen wir nicht das falsche Rohr wählen? Hier sind hier verschiedene Rohre. Hier gibt es ein Goldrohr, hier gibt es ein Diamantrohr, Emeraldrohr und Redstone und so, Leute. Hier gibt es verschiedene Verbindungen, Leute. Und die Villager ändert dann ihre Farbe, wenn man Wasser in die Rohre reinkippt, Leute. Alter, bist du bereit, einfach, für das Erste? Ja, Mann. Und zwar gibt es ja auch noch mal außen einen kleinen Parcours, der eine ist schwerer, der eine ist einfacher, Leute. Ich versuche jetzt erstmal den ersten, was geht? Und drei, zwei, eins, ich glätte erstmal die Regenbogen gleich da hoch. Du schoß das, Alter. Ja, Mann, Alter, ist voll easy, Alter, einfach gerade hoch, so, Leute. Ich geh in, ich hol dir Wasser, Alter, bist du bereit, einfach? Natürlich. Junge, der wird safe, seine Farbe ändern, Alter, ich bin immer gespannt, welche. Drei, zwei, eins, let's go, was geht? So, das Wasser fließt runter, Leute, ich muss da runter, Alter. So, warte, gleich ändert der es. Oha, Alter, guck mal, der hat seine Farbe geändert. Junge, der ist ein König geworden. Junge, der hängt jetzt irgendwie drinnen in den Barriers, Alter, aber guck mal, der ist einfach ein König geworden, Alter, was geht? Hey, Villager, reden mit mir. Hey, Villager, Alter, der ist doch, oh Gott, das ist ein König, Junge, der redet mit niemandem einfach. Oha, der guckt die ganzen Goldblöcke an. Ja, Mann, Alter, der guckt sein ganzes Geld an, einfach weil er der König ist. Und er guckt sich selber an, in der Weiterspiegelung. Oha, was geht, Alter? So, warte mal, ich geh da mal hoch, so, der nächste, Alter. Der sieht so OP aus. Ja, Mann, einfach ein König will jetzt schon bekommen, wie hast du eine Gönnung, Leute. Richtig, krass. Ich geh jetzt hoch, den Parcours, was geht? Ich hole den nächsten Waterbucket, Leute. Okay, jetzt geht's gleich los. Warte mal, muss ich das reinkippen, ich glaube, hier, Alter. So, was geht? So, Wasser, komm, Wasser, Marsch, Alter. Da, Junge, es fließt runter. Let's go. Alter, oha, vergebt ihr mal, Junge, der kriegt Schaden. Oha, Junge, das war einfach ein Noob-Villitzer, hast du den gesehen? Ja, der ist rausgegangen, guck mal. Junge, was geht, Alter? Ich glaube, das ist gerade voll gescheitert, Alter. Liegt jetzt auf dem Boden. Junge, was ist mit dem los? Das ist echt ein richtiger Noob-Villitzer, der geht einfach sofort selber drauf. Ich so. Ja, Mann, so, Leute, ich glänze jetzt hoch für den nächsten Villitzer. Let's go. Oha, und hier, wenn es ein bisschen schwerer ist, kommen wir hoch, Alter. Ja, Mann, easy, piecey, geschafft, Alter. So, nächste Kiste, Wasser holen. Und, Alfa, bist du bereit? Ja, bin ich. Wasser, Marsch, let's go. Was geht? Das ist, es geht links und rechts. Oha, es gibt zwei gleichzeitig, siehst du das, Alter? Oha, Junge, die werden sich safe verwandeln, Alter. Ich bin so gespannt, wie die am Ende aussehen. Junge, komm, let's go, verwandeln euch doch, Alter. Mach, endlich. Ja, Mann, die brauchen gar viel länger, Alter. Junge, Alter, Alfa, es hat geklappt. Wow. Lol, Alter, gebt ihr mal. Junge, die haben sogar eine Barriere gebaut gegen das Wasser, Alter. Denn du, der steht immer noch die ganze Zeit da drin, Alter. Der geht die ganze Zeit drauf, oha. Alter, wie sieht der aus, Junge? Alter, kein Pillitzer, oder? Lol, das ist halt echt ein Pillitzer geworden. Siehst du das, Alter? Ey, so will, guck mich an. Junge, der Pillitzer ist doch bloß. Oha, gebt ihr den anderen mal, Junge. Der sieht aus wie ein Wissenschaftler, Alfa. Ja, oder ist das ein Korrer, oder ist das ein Wissenschaftler? Ja, das hört sich wirklich aus wie ein Pillitzer. Ja, das ist halt echt, Alter, Junge, der ist brandgefährlich, Alter. Pass mal für den anderen auf. Ich glaube, der hier ist Wissenschaftler geworden. Ja, Mann, Alter, Junge, wie schlau der einfach ist. So, ich kletter hoch, der nächste, Alter. Gerade zwei gleichzeitige Verwandte, Leute. Das ist viel zu krass, was mit dir passiert, Alter. Ja, Mann, das ist halt echt so, Alter. Leute, was für ein spannendes Experiment, Alter. Müsst ihr auch mal probieren. So, mit Wasser. Ich weiß aber nicht, ob es klappt. Und Wasser, Marsch, 3, 2, 1, let's go. So, das Wasser fließt runter. Und, 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 es klappt auf einen. Nice, Mann, der verwandelt sich gleich. Der schwimmt hoch. Verwandle dich. Let's go, ist los. Oha, gebt ihr mal, was aus dem geworden ist. Joi. Junge, der hat Adidas-Sachen an, oder? Hä? Junge, der hat freshen Style, Alter. Der ist richtig cool geworden. Junge, Alter, der ist echt voll der cooler geworden. Leute, gebt euch diesen coolen Villain zu einfach. Und da ist der König. Da ist der Noob, der die ganze Zeit drauf geht. Da ist einfach der Pillager. Da ist der Wissensschaffler. Und da ist einfach der Checker, Alter. Junge, gib dir mal, Alter. Lass mal ein Foto mit dir mal. Was geht's, so? Junge, der ist richtig cool einfach. Leute, Alter, jetzt haben wir noch drei Villager vor uns. Und ich schlette auch im Wasser. So. Ich schlette jetzt hoch. Hier wird es schwerer in der Parcours, Leute. Wir springen erstmal hoch. So, aber es geht. Rüber. Nein. Ich schaff's gerade nicht, Alter. Ich bin immer zu doof, ich hab dran. Hä, was? Denk nicht, Alter. Ich schaff's gleich, Alter. Ich bin gleich oben. So, jetzt bin ich oben, Leute. Nice. Was geht, Alter? Endlich. So, Wasser, Leute. Und da ist hier noch Wasser. Nein, ich muss das Wasser nehmen. Genau. Hä, wo muss das rein? Warte, ich check grad gar nichts, Alter. Ah, hier rein. So, und Wasser, Marsch. Let's go. Bitte verwandelt sich in was Cooles, Alter. So, Leute, er verwandelt sich jetzt. Nice, Mann. Ich bin gespannt, was wird dir passieren? Jo, ich auch. Junge, warte. Was ist da geworden, Alter? Hä? Hä? Junge, wie sieht der aus? Sieht gar nicht aus wie ein Villager. Hä, wie sieht der aus? Sieht doch gar nicht aus wie ein Villager. Alter, das ist halt echt Spongebob einfach. Junge, wie heftig. Was? Ey, warum kommt der? Ist das wirklich Spongebob? Hä? Ja, hä? Wie ist das passiert, Mann? Hä, ich hab keine Ahnung. Wie geht sowas? Ey, denk nicht, Alter. Hä? Ich kann ja nicht atmen. Wir müssen schon hier Wasser geben. Ja, ja, mach Wasser drauf. Mach Wasser drauf. Mach Wasser drauf, Alter. Wir können auch keine Luftatmen. Los. Mach drauf. Oha. Junge, Alter, übertreib dich. Hier schmerzt alles weg. Oh, oh. Ich habe Rieder, ist hier bei uns. Junge, das war einfach Spongebob, Alter. Wie krass. Einfach heavy. Wie hat das geklappt? Ich kann ja endlich atmen. Ja, aber nice. Aber ich glaube, das kriegt gleich Schaden, Alter. Safe. Keine Ahnung. Warte, ich gehe jetzt mal hoch, Alter, für den nächsten. So. Und es klappt easy jetzt, Leute. Nice, Mann. So, was geht? Ich habe jetzt hier Wasser. Und... Warte, wo muss ich es reinkippen? Ich glaube, hier. Wo noch sonst? So, let's go. Und es kommt nicht an. Es geht gar nicht nach unten. Hä? Was, Alter? Junge, das war das falsche Rohr, Leute. Lol, du bist so dumm, Entsch. Hey, denk nicht, Alter. Ich mach das jetzt. Du bist einfach schlecht. Guck mir zu, okay? Ja, mach du. Mach du. Alpha, mach Wasser, Marsch. Let's go. Wie macht das jetzt? Oha. Zwei Stück gleichzeitig. Ja, Mann. Let's go. Du hast das andere gestoppt. Jo, du musst aufpassen. Einer verwandelt sich sonst auch. So. Einer verwandelt sich jetzt gleich, Leute. Und ich bin mal gespannt, wie der sich verwandelt wird bei Laps. Latsulier. Ich auch. Ja, Mann. Alter, Alpha, gebt ihr das mal. Leute, das ist einfach ein Schaden. Oha, der ist einfach aus Schaden. Junge, müsst ihr aufpassen, dass der uns nicht besiegt, Alter. Oh, das Schaden schwert nicht in die Hand. Ja, aber bitte, bitte, bitte. Bro, mach das nicht. Bitte, Alter. Junge, aber einfach ein Schaden, Villager. Das ist safe, der heftigste, Alter. Gebt ihr dem mal. Was geht? Ja, Mann. Warte, der ist richtig super. Ja, aber der darf da nicht rauskommen, Junge. Der macht uns fertig, Alter. Ich hoffe, der kommt da nicht raus. Oh, das ist echt kein Schadenverkauf, Junge. Oho. Ja, Alter, das wäre zu krass. So, jetzt mache ich die nächste, Alter. Parcours. Ich klette da hoch, Alter. Warte. Easy peasy. So, warte. Ich bin oben. Und? Wo ist Wasser? Hier? Oh, ich habe da glaube ich den Block hier gesetzt. Hä? Was? So, let's go. Oh nein, da noch nicht, da noch nicht, Alter. Hä? Wo ist das nächste? Dort, da rein. Let's go. Wasser marsch, Alter. Das Wasser kommt. Let's go. Ja, Mann. Und der verwandelt sich gleich. Bitte, bitte, bitte. Es tropft durch. Nein, es kommt da gar nicht durch. Hä? Doch, es tropft durch, Alter. Siehst du das nicht? Ganz bisschen hängen, was hier? So, es tropft durch, das Wasser. Und der verwandelt sich gleich, Alter. Ja, das Wasser ist durch. Jetzt kann es nicht. Stopp das Wasser, stopp das Wasser, Alter. Ja, ja. So, Alter, Junge. Gebt ihr mal, wie der aussieht, einfach. Boah, oha. Der hat einfach so einen Anzug an, Alter. Yo. Das ist richtig okay, Alter. Ja, Mann. Ey, der Safe ist richtig stark, Alter. Der sieht aus wie so, keine Ahnung, so ein Hitman, Alter. Der macht sich fertig, Junge. Oder so ein Bodyguard. Oh, der muss mal auspassen. Ja, Mann. Der ist richtig stark. Safe geht dir mal, wie krass der einfach aussieht. Hehe, so. Ja, Mann. Was geht? Ey, was geht, Bro? Bro, was geht? Jo, der sieht nicht. Was? Mit dem sollten wir uns nicht anlegen, Alter. Safe nicht. Ich rede nicht mit dem. Ne, Mann, Alter. So, der Letzte. Und ich kletter auch, Alter. Bist du bereit? Ja, bin ich. Komm, geh jetzt hoch. Ich komm hin sogar. Ja, Mann. Mann, sehen wir es aus dem. Oha, Regenbogenkiste. Ja, Mann. Wasser raus. So. Und drei, zwei, eins. Wasser Marsch. Let's go. Let's go. Oha, Alter. Es kommt runter, es kommt runter, es kommt runter, Alter. Es tropft bis hier. Es tropft. Und es tropft durch, Alter. Gleich wird er verwandelt sein. So. Oha, das sieht einfach aus wie so ein Regenbogen. Regenbogenvillager, gebt ihr das mal. Ja, Mann. Ich will mit rein. Komm. Hä, was geht, Alter? Was geht, Bro? Oha, das sieht jetzt richtig OP aus. Jo, wie nice einfach. Was geht? So. Was geht? Was geht, Alter? Jo, ich feier den richtig, Leute. Hier Regenbogenvillager. Hier der Bodyguard, Alter. Der Shadevillager. Spongebob, der wie weg ist. Und der Adidas. Der Professor. Der Pillager, Alter. Der Noob, Alter. Und der König. Alter, viel zu heftig. Alter, die sind alles so heftig einfach. Wie zu heftig. Ja, Mann. Als ob das geklappt hat, Leute. Lasst ein Like da. Lasst ein Abon da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Ciao. Yeah.